Ein gefragter Mann ist Günter Oettinger, der EU-Energiekommissar. In diesen Tagen mehr als sonst. Als Chefmediator im Dienste der Europäischen Union vermittelt er seit Wochen im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine. Mit Erfolg. Anfang Juni konnte er verkünden, dass beide Seiten einen Kompromissvorschlag prüfen. An diesem Stand hat sich bis dato offiziell nichts geändert. Auch nicht nach Wiederaufnahme der Gespräche in Brüssel am Montagabend. Denn Russland hält weiter an seinen Forderungen fest. Die Ukraine habe ihre Restschulden in Gänze zu begleichen, so Moskau. 1,05 Mrd. Euro stehen noch aus. Ultimatum für die Zahlung ist weiterhin der heutige 10. Juni. Russland droht mit sofortigen Lieferstops. Weiterer Streitpunkt der Gaspreis. Russland verlangt umgerechnet 356 Euro pro 1.000 Kubikmeter. Die Ukraine dagegen pocht auf Rabatte. Immerhin, dass Russland schon heute den Gashahn zudreht, daran glaubt derzeit kaum jemand. Solange verhandelt wird, fließt weiter russisches Gas in die Ukraine, heißt es aus Verhandlungskreisen. Und so gehen die Gespräche in Brüssel weiter. Mit dabei, wie hier Ende Mai, die Energieminister beider Länder, Nowak und Prodan und Chefvermittler Günter Oettinger. Ausgang derzeit noch ungewiss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017